In der Nähe von Heilbronn, am Fuße von Burg Steppenfels, liegt das Örtchen Untergruppenbach. 8000 Einwohner leben hier im schönen Baden-Württemberg. Alex Pfau ist einer von ihnen. Ich bin der König des Schrottes. Mit Aurelio, Anja und Alea ... Hallo! Sind sie ... Die Pfauhaus, und das ist unser Schnäppchenhaus. Hallo, wir sind die Pfauhaus, und das ist unser Schnäppchenhaus. Im Haus der Pfauhaus ist es zwar schön bunt, aber den hohen Ansprüchen der 4-köpfigen Familie wird die Nachkriegshütte natürlich in keinster Weise mehr gerecht. Unser Projekt ist der Umbau vom Haus meiner Schwiegereltern. Die haben das uns vermacht sozusagen und möchten, dass wir das gern umbauen und dort mit unserer Familie leben. Hallo, hier seht ihr meinen Mann. Der ist schon ganz fleißig. Das ist der Alex. Hallo. Hallo, Alex. Ja, ich mach mal die üblichen Reste von meinem alten Kinderzimmer mal raus. Schweren Herzens, aber es muss sein. Wer hat das entschieden? Du? Hallo, Herr Rieschen. Ich bin nur ausführende Kraft. Genau. Nee, an und für sich ist er der Bauherr. Er bekommt das Haus ja auch von seinen Eltern. Und ich richte das so gern her, dass meine Frau zufrieden ist, dass ich meine Ruhe habe. Ich bin ein Mann, ich kann immer tun und lassen, was meine Frau möchte. Ich schäme du nix. Ja, okay. Wir reißen alle sanitären Leitungen raus, verlegen neu. Wir reißen alle elektrischen Leitungen raus und verlegen neu. Wir tun das Dach neu decken, wir tun die Wände versetzen stellenweise. Wir tun die Fenster raus, bauen neue Fenster rein. Ja, und wir machen noch einen Neubau. Das heißt, wir bauen einstöckig noch einen Wohnraum mit knapp 34 Quadratmetern an. Dieser Raum wird zum Teil ein Badezimmer. Und zwar hier, wo ich stehe, kommt eine Wand rein. Also ihr steht sozusagen im Flur zu unserem Anbau. Und der Teil hier plus, was hinter dieser Wand ist, wird Badezimmer plus Hauswirtschaftsraum. Das heißt, dort habe ich auch meine Waschmaschine, meinen Trockner. Hier haben wir so einen Übersichtsplan von unserem Umbauanbau, wie auch immer. Wo ich, das ist jetzt nicht ganz eufach zum Verstande, Anja. Also führen es lieber weiter rum. Hier kommen wir in meinen zweiten Lieblingsraum, nach dem Badezimmer, und zwar die Küche. Und zwar planen wir hier einen Wanddurchbruch. Da geht es dann in unseren Anbau. Ein einstöckiger Anbau, weil ich mich selbstständig gemacht habe. Ich bin Tagesmutter und werde eine größere Kindertagespflegestelle haben mit zwei Gruppenräumen. Und es wird alles in diesem umgebauten Haus dann Platz finden. Hier war früher mal das Wohnzimmer meiner Schwiegereltern. Und das wird jetzt, ist jetzt gerade Partizentrale, wie man sieht mit Bierbank. Allerdings wird es mein zweiter Gruppenraum von meiner Kindertagespflege. Schwäbisches Häusle-Bau geht nicht ohne Helfer. Die zwei auf den Knien sind Tim und Chris, Kollegen vom Alex. Aber der Otto, der hat das Sagen. Dieser Boden muss deshalb raus, weil wir unterschiedliche Höhen haben. Das ist das Erste. Und das Zweite, wir brauchen da unten einen S-Strich, also eine gerade Fläche, um da hinterher irgendwas zu erreichen. Wir können nicht auf diesem alten, bestehenden Boden den Otto Freider machen. Das funktioniert nicht. Der Otto ist unser Nachbar. Er ist ein selbstständiger Bauunternehmer, der uns den Altbau, die Sanierung übernimmt. Der hilft uns, oder er macht einen, ich helfe ihm, sagen wir mal so. Er hat das Projekt übernommen und ich arbeite ihm zu. Die größte Arbeit macht schon er alleine. Das sollte für den Urschwaben kein Problem sein. Otto hat 50 Jahre Häusle-Bauer auf dem Buckel. Probleme machen nur diese blutigen Anfänger mit ihren ewigen Fragen. Wie sieht es denn jetzt drunter aus? Die Wolle, was ist das? Das ist Steinwolle, ganz normale Steinwolle. Die kann also jederzeit zum Hausmüll in blauen Säck mit Wälderwolle. Steinwolle. Ja, das ist unser kleiner, frecher Aurelio. Das ist ganz typisch, wenn wir sprechen, dass dann immer Quack, Quack, Quack von hinten eine Stimme kommt. Das ist dann der Auri, unser Chef vom Dienst hier. Ausgerüstet wie ein echter Bauprofi. Eine Engelblatt-Straushose. Ein Betungsstopp plus das Oben. Und mein Hammer. Ich helfe auch. Oben auf dem Dachboden. Na, da kommen wir gleich mal gucken. Jetzt wollen wir aber erst mal sehen, ob das deine Papa unter den strengen Blicken seiner Frau und Ottos Führung noch so was wird wie ein richtiger Schwurb. Machen tue ich alles. Ich stelle mich manchmal ein bisschen doof dran, aber ich besuche alles. Er kann es auch, wirklich. Er kann auch alle Ikea-Schränke aufbauen, wenn ich ihm sage, wie er es aufbauen soll. Meine Heimwerkerfähigkeiten sind eigentlich eher G0, also eher nicht so überragend. Ich mache dann zwar das, wo es zu mir heißt, du sollst das und das machen, dann lasst mir das dann auch gern ein- oder zweimal sagen. Aber so von mir alleine aus sagen, ich könnte das und das machen, ist eher nicht so. Er kann es sich nicht vorstellen, aber ich kann es mir vorstellen. Ich sage dann, wie es geht und er macht. Weil machen kann es gut, also es funktioniert. Nun ist Böden rausreißen auch keine Raketenwissenschaft. Dafür hält es die Männer bei Laune. Kaputt machen macht Spaß. Und damit haben sie oben schon mal angefangen. Hier sind wir im 1. Stock. Hier ist schon ziemlich viel rausgerissen. Hier kommen Schlafzimmer rein, die 2 Kinderzimmer. Kann man sich schon recht gut vorstellen, wie es werden soll. Wir können jetzt auch gern auf unsere 2. Großbaustelle hoch, auf den Dachboden gehen. Statt Sonemann Aurelio werkelt hier ein weiterer Helfer. Hallo. Hi. Und fleißig. Hier seht ihr unseren Sven. Der arbeitet hier allein auf weiter Flur, du Armer. Sven, was machst du genau jetzt? Tja, ich glaube, die Aufgabe kriegt, den Fußboden hier rauszureißen. Okay. Jeden Nagel hier aus dem schönen Brett noch rauszuklopfen, weil die Bretter wohl wiederverwendet werden. Ich habe gerade eine WhatsApp gekriegt, wo ich das Bier habe, Sven. Bitte. Aber man wird ja gut verpflegen. Danke. Du hast tatsächlich per WhatsApp ein Bier bestellt? Das würde ich jetzt auch behaupten. Eigentlich nicht, nee. Die Bretter, hat Otto gesagt, die wollen wir benutzen, um hier in 50 Zentimeter Höhe das zu verkleiden. Wir müssen mal den Otto fragen, wie viel du da machen musst, weil ich glaube, das ist echt Sklaverarbeit hier. Das ist nicht ausgedrückt. Ich glaube, irgendwas hast du dem Otto angetan. Ich weiß auch nicht, ich muss ihn nachher mal fragen, glaube ich. Bis später. Tschüss. Ciao. Der arme Sven. Auf was hat er sich da nur eingelassen? Aber vom Geld aus gäbe ich noch keine Reichworte. Und das Budget der Pfaus ist bekanntlich mit der Brechstange gestrickt. Zwei Stoffwerke tiefer wird derweil noch auf ganz andere Art und Weise mit der Brechstange experimentiert. Wenn es dem Schwaben zu wohl ist, geht er auf die Baustelle Golfen. Oder gibt es noch andere Gründe, hier Zeit zu verbringen? Na dann, wirf doch mal mit deinem Lächeln ein paar Holzbalken aus dem Fenster. Machst du super, so wird man zum Star. Alex wiederum merkt gerade, dass die Sache mit dem Helfen einen Haken hat. Auch ein einfacher Flaschenzug will beherrscht werden. Jetzt pass auf, Alexander. Nimm du dein Seil. Der Otto hat Zeit drauf. Und Alex wieder was gelernt. Anja hat einen Grund, stolz zu sein. Wie wirkt sich der Umbau denn so insgesamt auf die Beziehung aus? Das war es zusammen. Nee. Nein. Ja, ab und zu ist er ein bisschen genervt. Aber er ist ganz grob, wenn ich so ein bisschen das Organisatorische übernehme. So das Grobe bin dann. Weil genau, also ein Mann der Anweisungen, er macht. Aber wir haben uns gern, auch wenn es manche erst kapieren, wenn es aus der Nase bluten. Ja, das seht ihr mal, wie ich es habe hier. Wunderbar. Aber jetzt noch einen anderen zu finden, der mich hier umbaut, ist blöd. Das wird dann passieren, wenn wir fertig sind, oder? Nee, ich bin schon froh, dass ich ihn habe. Ich glaube, wir haben uns echt gesucht und gefunden. Otto ist fertig. Otto ist fertig. Und ich bin auch froh, dass wir den Otto haben. Natürlich. So ein schwäbischer Häuslebau macht halt Dreck und ist wenig einträglich. Da sind die Helfer schon froh, wenn sich nicht nur der Container, sondern auch der Magen füllt. Essen! Okay, hier steht ihr hier. Schapröl. Es ist fertig. Ihr könnt kommen. Erst mal essen, dann die Arbeit, sagt der Schwab. Schwäbin Anja hätte das Essen am liebsten für immer mit dem Arbeiten verbunden. Meine ursprüngliche Bestimmung? Ich wollte schon immer im Service arbeiten. Aber ich bin einfach zu tollpatschig für den Service. Deswegen habe ich mich das bisher nicht getraut. Ich würde wahrscheinlich immer alles runterschmeißen. Also Kellner ist nicht mein Beruf. Ich bin der kreative Typ. Ich streiche unheimlich gerne Wände. Ich richte gern ein. In der Architektur interessiert mich sehr. Aber für das ganz Grobe bin ich, glaube ich, nicht so geeignet. So, jetzt guck her. Ja? Den Hammer, nicht hier, sondern hier. Ja. Dann wird der Hammer nicht der kalte. Ja. Wird von Weitem ausgeholt, aber nicht in die Richtung, sondern... In welchem? Ja, so weg. Okay. Was fragt die Schwäbin am ersten Tag auf dem Bau? Hämmer die Hämmer schon immer? Und was fragt die Frau, wenn sie die Schutzbrille anzieht? Jetzt? Jetzt bin ich, Mann. Steht die mir auf? Nein, ich gehe jetzt nicht. Hoppa! Der geht Wand kaputt, aber nicht in den Rahmen. Hoppa! 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 Es war halt ein ungewohntes Bild, aber sie hat sich nicht so schlecht gemacht. Weil ich ja sonst gar nichts mache. Zumindest nicht hier. Ja gut, ich bin für die feinere Sachen zuständig. Für Farbe von der Tapete raussuchen. Wir müssen nächste Woche tapezieren, das eilt jetzt. Nächste Woche. Ich werde jetzt mein Brecheisen weiterreichen, damit die Junge hier auch mal was tun können. Ja, vom Rumstehen und Schwätzen geht halt noch kein Türrahmen raus. Ich übernehme das jetzt und mache mal einfach. Genau, jetzt zeig mal du, wie das geht. Hier bitte, Sicherheitsbrille. Nee, brauchen wir nicht. Doch? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Na gut, dann pein ich sie. Willkommen bei den schwäbischen Meisterschaften im Türzargenabriss. Herausforderer Alexander Pfau 41. Und da fällt doch schon der Startschuss. Alex gibt sich mit dem Werkzeug alle Mühe, doch der Kuhfuß muss eine Erfindung der Badener sein. Ein Schwabe legt lieber Hand an. Ich spiele zwei Tage noch mal an den Türrahmen raus. Jetzt ist der Schwabe ganz in seinem Element. Geschafft sie es gleich? Oder scheitert es am letzten Nägle? So, Thema erledigt. Er ist eher grobmotorisch. Wie gesagt, raushauen ist super. Beim Raushauen wäre Sven auf dem Dachboden auch gerne super. Der hat nämlich die Gosch knagelt voll von seinen Brettern. Und auch im Erdgeschoss haut es nicht wirklich hin. Auto? Bitte. Problem? Ohne Maschine. Genau. Ich habe gerade versucht, ein Lilonium rauszumachen und habe das gefunden. Holz, Lilonium, Fliesen und so weiter und so fort. So in der Ausführung 1960 etwa? 49,50. Ja, oder 49,50. Was man gefunden hat auf dem Baumarkt oder auf der Straße? So habe ich auch gesehen. Ja, so war das nach dem Krieg. Man hatte ja nichts. Und was man hatte, wurde eben verbaut. Aber Otto hat ja einen Presslufthammer. Und der kriegt alles klein. Also wirklich. Alles. Jetzt lasst du das nächste Wort nehmen. Die Idee gibt es wahrscheinlich auch 100. Ich gehe mal so 100 runter. Für Nichtschwaben, es gibt ein Problem. Papas Nachkriegshäusle hält der moderne Technik nicht stand. Die Laune ist im Keller. Ja, wir haben einen Riss von 2 bis 3 Zentimeter Länge und vielleicht 2 Zentimeter Tiefe. Ich denke, das kommt jetzt von einem schweren Gerät, was wir da haben. 2 Zentimeter. Bleib mal du und ich stehe und guck mal, ob der Riss größer wird. So ein winziger Riss kann den alten Bauhasen Otto doch nicht aus der Ruhe bringen. Otto, stopp! Hat sich der Riss vergrößert? Nee. Das sieht wieder nach mehr Arbeit aus. Ich weiß ja nicht, wie sich der Riss entwickelt noch. Ob der noch größer wird. Und bei der Decke könnte unter Umständen noch mau werden. Vielleicht auch mau-mau. Nehmen wir sie auch. Ist das kein Problem? Ja, aber ist das nicht wegen der Statik gefährlich? Was Statik? Wir sind doch hier neben einem Träger. Hier kommt ein Träger. Das sind Hohlkörper. Und da kommt ein Träger. Und dieser Träger ist der Hohlkörper durchgebrochen. Das ist alles. Du wolltest doch immer bei lifteten Decke. Um zu erklären ganz kurz. Ich bin ja jetzt oben reingefahren. In der Unwissenheit, was passiert. Dann fahr ich da runter mit meinem Meißel. Dieser Meißelspitze unten. Der geht ja immer weiter. Dieser Meißelspitze hat sich jetzt unten an der Decke, in dem Deckebereich, angesetzt. Wenn der jetzt hier drauf schlägt, fällt unten die Farbe weg. Nee, ist nicht. Es ist kein Einsturzgefahr, gar nichts da. Gut, sonst hätte er aber gleich abreißen können. Den Rest stemmt Otto mit mehr Gefühl weg. Nicht wegen des Risses in der Decke, sondern wegen des Nervenkostüms der Bauherren. Alex ist dankbar. Dem Traum vom neuen Boden liegt bald nichts mehr im Weg. Ich kann das nicht brauchen, wenn wir da auch noch Fußbodenheizung reinmachen wollen. Oder je nachdem, alles auf ein Niveau bringen müssen, muss es raus. Und dann dauert es halt. Das sind alles so die kleinen Überraschungen, die man tagtäglich hier erlebt. Jetzt packt auch Anja mit an, denn das Tagesziel ist in Gefahr. Die Hausherrin kommen ganz schön ins Schwitzen. Guckt mich an, ich stehe im Staub. Es lohnt sich heute zu duschen, glaube ich. Aber ich mache es gern. Das kann der Mann unterm Dach sicher nicht behaupten. Mensch Sven, das kann ich ja gar nicht annehmen, was du da alles geschafft hast, dass du noch gar nicht ganz fertig bist. Nee, Spaß beiseite. Also ein Mann, also Respekt. Doch das freut mich, dass meine Kollegen wirklich so zu mir halten und mir immer helfen. Mein Knie werden mir das danken. Ich bin auch froh, dass ich endlich mal stehen darf. Einigermaßen aufrecht. Jedes einzelne Brett, einzeln mit Liebe entnagelt. Allerdings. Ja, das muss sein. Ja, doch, also Respekt. Wirklich. Tolle Kollege. Zur Belohnung darf Sven den Rest des Tages sogar im Stehenbalken klopfen. Und Alexo? Würde am liebsten in die Luft gehen. Anja, nächste Überraschung. Das ist schon ein wenig seltsam, dass die eine Hälfte vom Raum so ist und die andere Hälfte so, oder? Nicht viel, das ist nicht allgeseltsam, das ist so. Hier, das ist ein Nassbereich und das dahinter ist ein Essbereich. So offen ist das. Ach, deshalb. Und der Nassbereich haben Sie geliezt und der Essbereich ist drücken, Schluss. Ich denke, logisch. So offen ist das. Aber wir haben den Ärger jetzt. Und das bedeutet? Ähm. Der Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht langt, die Nacht dazu. Tschüss. Mit schwäbischem Fleiß und Gemeinschaftssinn gehen die Pfaus und ihre Freunde in die Extra-Runde. Die Böden müssen heute raus. So einfach ist das. Wie sieht's aus? Problem beseitigt. Wow. Also jetzt habt ihr echt Respekt. Haben wir Arbeit geleistet. Alle Fussböden raus im Erdgeschoss. Unglaublich. Tagesziel erreicht. Tagesziel erreicht. Soll das. Gut. Prima. Klasse. Ich sag's schon mal. Dankeschön. Die Jungs haben echt super Arbeit geleistet. Vielen Dank. Komm her, mein Schatz. Zeig euch, sag mal, traust du nicht bedanken. Ich sag's schon mal, traust du nicht bedanken. ятся du nicht bedanken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch hier, mein Schatz. Tschüss. Vielen Dank.